Die Kirche im Wald Mein Name ist Marc und ich bin Detektiv. Kein Detektiv bei der Polizei oder so ein Privatdetektiv wie in den alten Noir-Filmen. Es ist sozusagen ein Familiengeschäft, eine Tradition. Mein Großvater war einer, mein Vater auch, und es kristallisierte sich recht schnell heraus, dass ich mit dieser Tradition nicht brechen würde. Der Job ist nicht annähernd so aufregend, wie es Hollywood einen Glauben machen will. Meistens sitzt man zehn Stunden am Stück im Auto und wartet darauf, Fotos von betrügenden Ehepartnern schießen zu können, um diese dann dem betrogenen Ehepartner zu zeigen, der einen für diese niederschmetternde Nachricht dann bezahlt. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, warum die Leute heute noch heiraten. Ich glaube, 99,9% machen es eh nur für die Steuern. Ist ja oft genug der Fall, dass zwischen Heirat und Scheidungswunsch keine drei Wochen vergehen. Aber so langweilig mein Job auch oft ist, hin und wieder passiert auch etwas Außergewöhnliches. Etwas Aufregendes. Und, naja, von solch einer Erfahrung möchte ich euch heute berichten. Es geschah vor circa drei Jahren. Und manchmal habe ich noch immer das Gefühl, dass ich mir das alles nur eingebildet hätte. Als stamme die Erinnerung nur aus einem verworrenen und absurden Fiebertraum. Ich war nie spirituell. Und ich habe auch nie an das Übernatürliche geglaubt. Jedenfalls bis zu jenen Ereignissen in der Benson Street. Jetzt bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Im August 2020 meldete sich eine Frau namens Shelley bei mir. Der Kontakt zu ihrer Schwester sei urplötzlich abgebrochen, was sie als äußerst ungewöhnlich beschrieb. In meinem Büro erzählte sie mir dann eine ziemlich verrückte Geschichte. Ihre Schwester lebte in einer kleinen Stadt in Michigan namens Franklin's Green. Meine Klientin war 62 Jahre alt. Ihre Schwester war etwas jünger. Sie standen sich sehr nahe und sprachen fast jeden Tag miteinander. Aber seit einem Monat hatte ihre Schwester nicht mehr auf ihre Anrufe reagiert. Dann recherchierte Shelley ein wenig und stieß auf einige Zeitungsartikel, die kaum zu glauben waren. Darin hieß es, dass jeder, der in der Benson Street wohnte, von einem auf den anderen Tag verschwunden war. Es gab acht Häuser in dieser Sackgasse und alle Bewohner hatten sich scheinbar in Luft aufgelöst. Ich habe die Zeitungsartikel selbst gelesen. Shelley hatte recht. Es war völlig abstrus und ich war mehr als nur ein wenig überrascht, dass diese Geschichte nicht mehr Aufmerksamkeit erhalten hatte. Ich rief Shelley noch am selben Abend zurück und sagte ihr, dass ich ihren Fall übernehmen würde. Normalerweise reiste ich nicht so weit für einen Auftrag, aber dieser Fall hatte meine Spürnase geweckt. Am nächsten Morgen packte ich meine Sachen zusammen und verließ mein Büro in Cincinnati. Stunden später kam ich in Franklin's Green an. Dort gab es ein kleines schäbiges Motel, in dem ich eincheckte und mich im Anstoß direkt auf den Weg zur Benson Street machte. Es war mitten in einem kleinen, verschlafenen Viertel, untere Mittelklasse, Meis Ranchhäuser. Die Einfahrt zu Benson Street war komplett mit gelbem Polizeiband abgesperrt, das zwischen einem Telefonmast und einem Stoppschild gespannt war. Ich parkte in der Nähe und beschloss mich, in den umliegenden Straßen ein wenig umzuhören. Ich klopfte an Türen, sprach mit Passanten und quatschte Leute in ihren Vorgärten an. Besonders gesprächig oder informativ war keiner von ihnen. Jeder in der Benson Street war weg. Puff, keiner wusste warum. Ich bekam ein paar abstruse Theorien um die Ohren geworfen, eine unglaubwürdiger als die andere. In der Benson Street hätten nur Drogensüchtige gewohnt, die sich alle zugedröhnt und dann das Weite gesucht hatten, schwurbelte der Typ mit einem Schnauzbart, der fast sein gesamtes Gesicht ausfüllte. Vielleicht hatte es ein Gasleck gegeben, das alle im Schlaf getötet hat und das Gasunternehmen hat all die Leichen in einer Nacht- und Nebelaktion beseitigt, erzählte mir eine alte Lady, der beim Quatschen immer wieder die Brille von der Nase rutschte. Als die Sonne bereits untergegangen war, überlegte ich, ob ich zum Motel zurückgehen und morgen weitermachen sollte. Aber mich hatte der Eifer gepackt. Ich wollte unbedingt herausfinden, was hier geschehen war. Ich würde mir wenigstens noch das Haus von Shellys Schwester ansehen, nahm ich mir vor. Ich holte meine Taschenlampe aus meinem Seesack im Kofferraum und duckte mich unter dem gelben Klebeband hindurch. Shellys Schwester hieß Mary und sie war seit fast 40 Jahren mit einem Mann namens Tom verheiratet. Sie hatten zwei Kinder, die inzwischen erwachsen waren und außerhalb des Staates lebten. Shelly hatte mir erzählt, dass die beiden sich ebenfalls Sorgen um ihre Eltern machten. Sie hatten sie auch seit gut einem Monat nicht mehr erreicht. Marys Haus war das dritte auf der linken Seite. Ich umrundete es langsam und leuchtete mit der Taschenlampe das gesamte Gelände ab. Keine Ahnung, was ich gehofft hatte zu finden, aber ich fand nichts. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass die Häuser in der Benson Street deutlich prunkvoller und größer waren als die restlichen Häuser des Viertels. Zurück an der Vorderseite des Hauses stieg ich ohne groß nachzudenken auf die Veranda. Ich versuchte, den Türknopf zu betätigen und war basserstaunt, dass das Haus nicht verschlossen war. Naja, sei's drum, dachte ich mir. Das Erste, was mir auffiel, neben dem abgestandenen und muffigen Geruch alter Luft, war, dass das Haus völlig unberührt aussah. Im Normalfall hinterlässt die Polizei ein Heidenchaos, wenn sie nach Hinweisen sucht. Aber hier sah ich keinerlei Anzeichen für eine polizeiliche Untersuchung. Ich arbeitete mich langsam durch das Erdgeschoss und widerstand dem Drang, das Licht einzuschalten, während ich bedächtig über die Dielen knarzte. Ich wollte keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen, und ein Haus mit brennendem Licht in dieser in Schatten gehüllten Straße würde auffallen wie eine Schaufel voll Hack in einem veganen Restaurant. Die Atmosphäre in diesem Haus war irgendwie unheimlich. Es war wirklich so, als ob Mary und ihr Mann sich einfach in Luft aufgelöst hätten, ausradiert worden wären. Auf der Kücheninsel stand eine halbvolle Cola-Dose, und in der Spüle stand Geschirr mit verkrusteten Essensresten darauf. Schwärme von Fliegen erhoben sich, als ich gegen etwas stieß, das einmal ein Apfel gewesen war. Hinter der Küche lag ein kurzer Flur mit einer Treppe, die nach unten und nach oben führte. Ich beschloss mir, den Keller bis zum Schluss aufzuheben, und ging stattdessen die Treppe hinauf. Ich bewegte mich langsam und bedächtig, so wie ich es im Erdgeschoss getan hatte. Hier oben gab es allem anscheinend nach vier Räume. Das Schlafzimmer, ein Gästezimmer, eine Art Arbeitszimmer und so etwas wie ein Sportzimmer. Im Arbeitszimmer versuchte ich, einen Laptop, der bestimmt schon 20 Jahre alt war, einzuschalten, und scheiterte sang- und klanglos dabei. Das Ding könnte man höchstens noch als Küchenbrettchen verwenden. Schade. Das Schlafzimmer durchsuchte ich als letztes. In der Kommode fand ich nichts außer aus der Mode gekommene Kleidungsstücke. Im Kleiderschrank aber. Ja, dort fand ich etwas Ungewöhnliches. Versteckt in einem Schuhkarton, welcher unter gefalteten Bettlaken verborgen lag, fand ich ein seltsam aussehendes Messer. Es war kunstvoll verziert, die Klinge gebogen und der Griff aus einem mit Leder umwickelten Knochen. In den Knochen war etwas eingeritzt worden. Vorsichtig löste ich das Leder, um besser erkennen zu können, was dort eingeritzt worden war. Es waren, naja, ich kann es nur als seltsame Runen beschreiben. Die Zeichen hatten durchaus Ähnlichkeiten mit unserem Alphabet, wirkten wie befremdliche Buchstaben, aber einen Sinn konnte ich dem Ganzen nicht entnehmen. Kyrillisch war es auch nicht, und doch hatte ich hier ein ähnliches Gefühl beim Betrachten. Es war eine Mischung aus etwas Bekanntem und etwas völlig Ungreifbarem. Ich machte Fotos von dem Messer, legte es wieder in die Schachtel und vergrub sie unter dem Bettlaken. Jetzt blieb nur noch der Keller übrig, und ich stellte überrascht fest, dass meine Knie ganz weich wurden, als ich nach unten schritt. Mit jeder Stufe, die ich nahm, wurde mir bewusst, dass ich Bammel vor dem Keller hatte. Ich schluckte schwer, als ich das Erdgeschoss erreichte und vor der Kellertreppe anhielt. Mit der Taschenlampe schnitt ich in die Dunkelheit unter mir. Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Keller. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Kleine, schmutzige Milchglasfenster verschlucken einen Großteil des Mondlichts. Aber ansonsten war hier auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Pappkartons mit Weihnachtsschmuck, eine kleine Holztruhe mit wichtigen Papieren wie Geburtsurkunden und alten Lohnabrechnungen und zwei alte Fernseher, die zu ihren besten Zeiten höchstens ein rauschendes Schwarz-Weiß-Bild präsentiert hatten. Ich wollte mich gerade wieder umdrehen, als ich ein Knarren über mir vernahm. Ich erstarrte wie zur Salzsäule und schaltete aus Reflex meine Taschenlampe aus. Noch ein Schritt, ein weiteres Knarren. Jemand war im Erdgeschoss. Ich rang mit mir, was ich tun sollte, und ich spürte, wie mein Herz in meiner Brust Salven abfeuerte. Sollte ich mich zu erkennen geben? Rufen? Zugeben, dass ich unbefugt eingedrungen war? Sollte ich die Treppe hinaufgehen und versuchen, mich hinauszuschleichen? Sollte ich bleiben und hoffen, dass er oder sie nicht herunterkam? Keine Ahnung. Mit angehaltenem Atem schlich ich zur Kellertreppe. Ich Vollidiot hatte die verdammte Kellertür offen gelassen und verfluchte mich für meine Dummheit. Ich lauschte auf weitere Schritte über mir. Schweiß brannte in meinen Augen. Da! Biederschritte! Sie bewegten sich in Richtung Küche. Schnell entfernte ich mich von der Treppe und zwängte mich hinter einen Stapel großer Plastikboxen an der Wand, als ich Schritte auf der Treppe hörte. Ich hielt den Atem an und spähte durch einen kleinen Schlitz zwischen den Boxen, aber es war so verdammt dunkel hier unten, dass ich nicht viel mehr als eine vage Silhouette erkennen konnte. Sie hielt am Fuß der Treppe inne, drehte sich um und ging wieder nach oben. Ich bewegte mich keinen Millimeter für Gott weiß wie lange. Als ich eine gefühlte Ewigkeit nichts mehr gehört hatte, verließ ich mein Versteck und schlich zur Treppe. Jeden Schritt auf der Treppe nahm ich mit äußerster Vorsicht. Ich trat in die Küche und lauschte angestrengt in die allumfassende Stille. Wenn wirklich noch jemand im Haus war, bewegte er sich nicht. Ich eilte zur Haustür, riss sie auf, trat auf die Veranda hinaus und zog die Tür hinter mir zu. Eiligen Schrittes hetzte ich von der Veranda auf die Straße. Dort drehte ich mich um und sah mir das Haus nochmal an und spürte blankes Entsetzen, als mein Blick zu einem der Fenster im ersten Stock wanderte. Jemand stand dort und starrte mich direkt an. Es war derselbe dunkle Schatten, den ich im Keller gesehen hatte. Ich drehte mich um und rannte die Straße hinunter zu meinem Auto. Ein paar Minuten später war ich im Motel angekommen und verschwand sofort auf meinem Zimmer. Mein Herz schlug immer noch wie wild. Ich hatte Schiss, richtig Schiss. Und die verschlossene Tür reichte mir nicht. Ich schob den schweren, runden Tisch ebenfalls vor die Tür und merkte im Anschluss erst, wie erschöpft ich war. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich träumte von einer dunklen Gestalt und von dieser seltsamen Klinge. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, dachte ich ernsthaft darüber nach, zur örtlichen Polizei zu gehen und ihnen zu sagen, wer ich war und wer mich angeheuert hatte. Aber meiner Erfahrung nach sind die meisten Polizisten, Privatdetektiven gegenüber, nicht gerade sehr aufgeschlossen. Und ich hatte Angst, dass damit für mich der Fall beendet sein würde. Also entschied ich mich dagegen. Ich duschte, zog mich an und machte mich wieder auf den Weg. Tagsüber fühlte ich mich hier etwas wohler. Ich ging zurück in Marys Haus und suchte nach Anzeichen dafür, dass in der Nacht zuvor noch jemand anderes dort gewesen war, fand aber nichts. Dann ging ich wieder nach draußen und probierte mich an den anderen Haustüren. Viele waren verschlossen, zwei aber nicht. Die Häuser, die ich betreten konnte, erzählten eine ähnliche Geschichte wie Marys Haus. Es schien, als hätten sich diejenigen, die dort gewohnt hatten, einfach in Luft aufgelöst. Schmutziges Geschirr, volle Kleiderschränke und Mülleimer, die zu Komposthaufen mutierten. Sonst fand ich im ersten Haus nichts weiteres. Aber im zweiten Haus fand ich direkt auf dem Nachttisch im Schlafzimmer ein Messer, das genauso aussah wie das, was ich in Marys Haus gefunden hatte. Der gleiche Knochengriff, die gleichen eingeritzten Runen. Die gleiche geschwungene Klinge, scharf wie eine mexikanische Bohnenpfanne. Ich ging zurück in das vorherige Haus und begann auch dort nach dem seltsamen Messer zu suchen. Die Suche dauerte ein paar Stunden, aber dann fand ich es versteckt unter einer Bodendiele. Das identische Messer. Im Anschluss entschied ich mich, eine Pause zu machen, stieg in mein Auto und fand in der Nähe einen kleinen Imbiss. Ich setzte mich an einen klapprigen Tisch und versuchte im Internet irgendetwas über die Messer herauszufinden. Ich recherchierte über mögliche Säcken hier in der Nähe. Nichts. Dann schaute ich mir die Fotos, die ich von den Messern gemacht hatte, an und versuchte etwas über diese seltsamen Inschriften herauszufinden. Aber auch hier stand ich am Ende mit leeren Händen da. Nach dem Mittagessen fuhr ich zurück zur Benson Street. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich in die verschlossenen Häuser einbrechen würde, auch dort Messer finden würde. Ich ging langsam an den Häusern vorbei und hielt am Ende der Straße inne. Hinter dem Ende der Straße befand sich ein Wald, der größtenteils aus mächtigen Tannen bestand. Ein kleiner, schmutziger Pfad führte vom Ende der Straße zwischen zwei Häusern hindurch in den dicht bewachsenen Wald. Ohne groß nachzudenken, machte ich meine ersten Schritte auf dem Trampelpfad. Er war gut ausgetreten und führte bis in den Wald hinein, wo er sich um alte Tannen und hochragendes Buschwerk schlängelte. Ich lief fast eine halbe Stunde, ehe ich auf eine alte Kirche stieß, mitten im Wald. Die Kirche war stark verwittert und aus einem dunklen Holz gefertigt. Überall an der Fassade rankte Dichter Efeu. Das befremdliche Gotteshaus wirkte irgendwie gedrungen, eigentümlich und auf seltsame Art und Weise windschief. Über der Doppeltür an der Vorderseite ragte ein Turm auf, und über dem Eingang war ein seltsames Symbol angebracht, das einem umgekehrten Kreuz ähnelte. Das Ding sah verdammt rostig aus. Ich näherte mich dem Gebäude und probierte die Türen aus. Sie ließen sich leicht öffnen. Im Inneren befanden sich einige Reihen von Kirchenbänken und ein Altar im hinteren Teil des großen offenen Raumes. Ein großes, ledergebundenes Buch mit vergilbten Seiten, die sich an den Ecken kräuselten, lag aufgeschlagen auf dem Altar neben einem silbernen Becher, der innen rot gefärbt war. Ich konnte das Buch nicht lesen. Es war in denselben seltsamen Runen geschrieben, die auch auf den Griffen der Messer eingraviert waren. Mein Unbehagen wuchs mit jeder Sekunde. Ich wurde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Also fotografierte ich wahllos ein paar Seiten und eilte wieder nach draußen. Mir ging das Bild der schattenhaften Gestalt, der ich in Marys Haus begegnet war, nicht mehr aus dem Kopf. Ich schüttelte das beklemmende Gefühl ab und ging zurück zur Benson Street. Da es inzwischen zu dämmern begonnen hatte, entschied ich mich für heute Schluss zu machen und eilte zu meinem Auto. Zurück im Motel schloss ich die Tür ab und schob erneut den schweren Tisch davor. Verdammte Paranoia. Nach ein paar Augenblicken durchatmend rief ich Shelly an und erzählte ihr von der Kirche. Sie hatte weder ihre Schwester noch ihren Schwager je davon sprechen hören. Okay. Als nächstes rief ich die Tochter von Mary und Tom an und befragte sie zu der religiösen Einstellung ihrer Eltern. Sie erzählte mir, dass ihre Eltern auf dem Papier zwar katholisch seien, doch der Glaube hatte in ihrem Leben nie eine Rolle gespielt. Auf die Nachfrage, wie lange ihre Eltern schon in der Benson Street lebten, erzählte sie mir, dass ihre Eltern das Haus erst vor ein paar Jahren gekauft hatten, als sie und ihr Bruder schon längst auf eigenen Beinen standen. Irgendwie passte das alles noch nicht zusammen. Ich setzte mich an das Ende des Bettes und scrollte durchs Internet, auf der Suche nach dem seltsamen Kreuz, das ich an der Fassade der Kirche gesehen hatte. Es dauerte eine Ewigkeit. Ach, was sag ich, es dauerte zwei, drei Ewigkeiten, ehe ich auf etwas Interessantes stieß. Ein Bild von eben jenem Symbol. Ich klickte darauf und gelangte auf eine Amateur-Website, auf der sich alles um verschiedene Dämonen und Höllengeister zu drehen schien. Es war das Symbol des sogenannten Namenlosen und es hieß, dass er seinen Anhängern im Tausch gegen Opfer, großen Reichtum und Macht bescheren würde. Mir schoss sofort wieder in den Kopf, dass ich mich schon beim ersten Besuch in der Benson Street gewundert hatte, dass die Häuser dort viel größer und prunkvoller waren als die restlichen des Viertels. Ich legte mein Handy beiseite. Die ganze Sache machte mir zunehmend Angst, sonst bin ich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Aber dieser Job war mir einfach unheimlich. Eine Straße, deren Bewohner spurlos verschwunden sind. Eine seltsame Horrorkirche tief im Wald. Der Namenlose. Ich musste den Kopf frei bekommen. Die Nacht war bereits hereingebrochen, als ich in einem schäbigen Lokal namens Mertz ankam. Die Bar war gut gefüllt. Ich setzte mich an den Tresen und bestellte mir ein Bier. Nein, auch hier konnte ich nicht abschalten. Im Verlauf der Nacht quatschte ich immer mal wieder Leute auf die Benson Street an. Ich war ehrlich und erzählte ihnen, wer ich bin und was ich tue. Viele Leute schwiegen, als ich die Straße erwähnte. Ich fragte weder nach der Kirche noch nach dem Symbol, das ich gesehen hatte. Aber ich fragte nach den Häusern und warum sie so viel teurer zu sein schienen. Ein alter Mann, dem ich ein paar Worte entlocken konnte, sagte, Die Leute in der Benson Street hatten alle eine Schraube locker. Das weiß jeder hier. Wo auch immer sie jetzt sind, sie führen sicher nichts Gutes im Schilde. Das ließ sich einfach mal so stehen. Ein anderer Kneipenbesucher erzählte, dass in den letzten Jahren regelmäßig Leute in dieser Gegend verschwunden sind. Herumtreiber, Obdachlose, Junkies. Allesamt Leute, deren Verschwinden der Polizei kein Kopfzerbrechen bereitet hat. Die vermisste halt niemand. Zurück in meinem Motel fiel ich todmüde ins Bett. Irgendwann in der Nacht weckte mich ein Klopfen. Als ich realisierte, was mich geweckt hatte, klopfte es erneut an der Tür. Mit zittrigen Beinen ging ich zum Guckloch und spähte hinaus, sah aber niemanden. Die Angst umklammerte mein Herz mit eisiger Hand. Ich ging zum Fenster, zog die Jalousie vorsichtig zurück und schaute auf den Parkplatz hinaus. Vier Personen standen dort und starrten direkt in mein Zimmer. Das einzige Licht dort draußen stammte von dem roten Neonschriftzug des Motels, dessen Ohr bereits erloschen war, weswegen ich überhaupt nicht erkennen konnte, mit wem oder was ich es zu tun hatte. Mann? Frau? Etwas dazwischen? Jugendliche? Oder mit Fünfziger? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war, dass sie allesamt dunkle Gewänder mit Kapuzen trugen. Nach endlosen Sekunden drehten sie sich um und verließen den Parkplatz. Ein paar Augenblicke später verschluckte sie die Dunkelheit der Nacht. Den Rest der Nacht habe ich kein Auge mehr zu bekommen. Am nächsten Morgen fuhr ich, mit Augenringen bis nach Stockholm, zurück in die Benson Street. Ich parkte meinen Wagen und steuerte direkt auf den Trampelpfad zu. An der Kirche angekommen, betrat ich sie, ohne groß nachzudenken, und mir fiel sofort eine Veränderung auf. Irgendjemand musste meiner Abwesenheit hier gewesen sein. Das Buch und der Kelch waren verschwunden. Ich nahm mir mehr Zeit als gestern und durchsuchte das gesamte Gebäude. Ein paar Schritte hinter dem Altar entdeckte ich eine kleine Falltür. Ich hob die Luke an und leuchtete mit meiner Taschenlampe in das Loch. Eine klapprige Holzleiter führte etwa zehn Meter hinunter zu einem schmutzigen Boden. Ich holte tief Luft, schaltete meinen Kopf aus und begann hinunter zu klettern. Als ich von der Leiter abstieg und mich umdrehte, sah ich einen Tunnel, der nach rechts abzweigte. Die Taschenlampe vor mich haltend schlich ich weiter. Der Tunnel schlängelte sich nicht enden wollend durch das Erdreich und mit jedem Meter, den ich zurücklegte, intensivierte sich ein übelkeiterregender Geruch. Instinktiv wusste ich, was ich roch. Am Ende angelangt mündete der Tunnel in einer gigantischen Kammer, und ich erblickte die Ursache des Geruchs. Ein Haufen toter Menschen. Meine Nase in der Ellenbeuge vergraben, erblickte ich dort zwischen anderen Leichen die Leiber von Tom und Mary. Scheiße. Was war hier passiert? Waren die Leute aus der Benson Street doch keine Jünger des Namenlosen, sondern nur deren Opfer? Aber was hatte es da mit den Messern in den Häusern auf sich? Haben sie sich selbst geopfert? Mir schwindelte. Ich drehte mich um und sah mich einem Mann in einem Kapuzengewand gegenüber. Eindringling! schrie er mich mit bebender Stimme an. Ich stolperte an ihm vorbei und rannte, als wäre der Leibhaftige selbst hinter mir her. Keine Sekunde später hörte ich, wie donnernde Schritte mich verfolgen. Während ich rannte, wehte mir ein kalter, scharfer Wind entgegen. Von irgendwoher ertönten auf einmal Stimmen, die eine Sprache sprachen, die ich nicht verstand. Ich erreichte die Leiter und kämpfte mich die Sprossen hinauf. Oben angekommen, rollte ich mich aus dem Loch und schlug reflexhaft die Luke zu. Es gab keine Möglichkeit, das Scheißding zu verriegeln. Ächzend stand ich auf, drehte mich um und stellte schockiert fest, dass in der ganzen Kirche hunderte von brennenden Kerzen aufgestellt waren. Und dann sah ich sie. Fünf, sechs in dunkle Gewänder gehüllte Gestalten. Einer von ihnen kam auf mich zu, wie so ein Scheißkiller in einem Horrorstreifen. Als ich ein paar Schritte zurückmachte, sprang die Falltür hinter mir auf und mein ursprünglicher Verfolger griff nach mir. Während er mich am Bein hielt wie eine tollwütige Bestie, zog er sich an mir hoch. Als wir beide wieder halbwegs auf den Beinen waren, befreite ich mich aus seinem Griff und schubste ihn gegen den Altar. Die darauf stehenden Kerzen fielen sofort zu Boden und landeten auf dem muffigen Teppich, der von dem Altar zur Eingangstür führte. Der verdammte Teppich fing Feuer, als wäre er in Benzin getränkt worden. Keine Minute verging, da stand beinahe der ganze Raum in Flammen. Die vermummten Gestalten riefen sich hektisch Dinge in ihrer seltsamen Sprache zu und versuchten vergeblich dem Feuer Herr zu werden. Ich nutzte die Gelegenheit und stürmte nach draußen. Mit einem angekokelten Hosenbein kam ich gut 200 Meter von der Kirche entfernt zum Stehen. Sie brannte und keiner der Gestalten war herausgetreten. Idioten! Beschissene Idioten! Ich drehte mich um und sprintete in Richtung Benson Street. Ich hörte nicht auf zu rennen, bis ich mein Auto erreicht hatte. Ich fuhr zum Motel, checkte aus und packte meine Sachen zusammen. Ich rief die Polizei erst an, als ich eine Stunde von der Stadt entfernt war. Ich erzählte ihnen, was ich herausgefunden hatte und legte auf, bevor sie anfangen konnten, mir Fragen zu stellen. Dann rief ich Shelly an und erzählte auch ihr alles, was ich in Erfahrung gebracht hatte. Die Messer, die Kirche, die Gestalten in ihren Kapuzengewändern. Ich bemerkte jedoch recht schnell, dass sie mir nicht glaubte. Ich konnte es ihr nicht verübeln. Ich selbst glaubte meine Worte kaum. Shelly legte unter Heulkrämpfen auf und hat mich schlussendlich auch nicht bezahlt. Aber auch das konnte ich ihr, nach meinen abstrusen Schilderungen, nicht verübeln. Eine Woche war vergangen, als ich im Internet nach irgendwelchen Nachrichten über die Kirche hinter der Benson Street suchte, fand aber nur einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung über ein Feuer in den Wäldern. Die Kirche wurde mit keinem Sterbenswörtchen darin erwähnt. Drei Jahre sind seit den Ereignissen vergangen. Drei Jahre, in denen ich immer mal wieder Gestalten in dunklen Gewändern gesehen habe. Nachts vor meinem Haus, hinter meinem Haus, an der Straßenecke. Manchmal traue ich meinen eigenen Augen nicht und frage mich ernsthaft, ob ich halluziniere. Aber ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich glaube, dass die Anhänger des Namenlosen mich im Blick haben. Sie kommen mir nie zu nahe, drohen mir nie. Aber sie sind da und beobachten mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017